Ich weiß nicht mehr, ob das jetzt dazugehört hat oder nicht. Vielleicht soll ich da nur drauf klettern. Ich hab keinen Plan. Ich mach erstmal hier kurz ein bisschen um. Alles klar. Jetzt wissen wir was das will, das will nur, dass wir drauf stehen. Okay. So, Moment. Spaß, oder? Das ist noch irgendwas. Hab ich was vergessen? Ich muss nochmal nach oben gehen und gucken, Entschuldigung. Ich war nicht lange genug auf der Platte. Siehste? Was ist das denn so blurry? Lol. Jetzt kackt aber richtig die Grafik ab, oder? Okay, gucken wir mal. Erstmal ein Workout hier. Hier ist was? Okay. Ja, gut. Aber das ist jetzt nicht so wild. Was ich jetzt auf jeden Fall noch kurz mache. Ich will mal ausprobieren, ob ich mit Wolken schwinge. Auch diese, ähm... Scheiße. Komm, Wolken schwinge! Was zum... Äh, äh. Okay. Ob ich hier durch kann mit Wolken schwingen, ob das geht oder nicht? Ne, das zählt nicht. Lernbar. Oder ich bin zu hoch. Das kann auch sein, dass ich jetzt noch nicht die richtige Höhe abgepasst habe. Okay, also muss man niedriger fliegen mit Wolken schwingen. Kann das sein? So wie ich Amit kenne, war er bestimmt schon mal hier. Okay, langsam. Na also. Okay. Mhm. B, D, oh. Heidexe! Ja, schön. Haben wir gemacht. Oh, ich würde jetzt voll gerne mit einer Seilbahn fahren. Kann ich da irgendwie runter, ohne dass man mich sieht? Vielleicht dann eher mit dem Wesen, ne? Ja, die ich jetzt kurz.. Ja. Ja? Ja. Ja. Wie immer.' Ja. Ja, ja. Ja. Ja! Ja! Ich find das lustig. Hier Sachen im Weg. Was? Eine vollkommen erbärmliche Darstellung. Oh, das ist falsch. Was? Mal gehst du endlich auf. Komm, Ringo. Oh, jetzt hab ich mir kurz Zeit. Wie unglaublich. Oh, warum immer ich nicht falsch bin, Alter? Aua. 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 Wir haben immer so eine große Klappe, ne? Aber wer ist erbärmlich? So. Okay, Zerstörung 2. Das ist immer gut. Noch irgendwas Schönes? So, sieht es aus, als wäre noch eine kleine Aufgabe für uns am Start. Oh, naja, das sieht man schlecht, da gehe ich jetzt nicht hin. So, Wingardium Leviosa. So. Nein. Achso, alles. Okay, das wird einfach nur wieder so ein Ziehding. Achso. Achso. Was ist das? Achio! Hm? Komm, Pringo! Nicht meine Schuld, dass du eine Riesen- Achio! Okay, warte mal. Reveglio! Achio! Nein! Ey, ist das dein Ernst? Ich hab das nicht getroffen. So, jetzt. Okay. Gut. Ich glaube, es ist langsam mal Zeit für einen neuen Style, ne? Ich weiß nicht, aber ich glaube, das nächste Mal müssen wir mal gucken, dass wir die Sachen ein bisschen abändern. Reveglio! So, was gibt's hier noch? Achio! Das ist noch eins von Merlins Rätseln. Das machen wir. Ja gut, ne? Ja gut, ne? Ja gut! Ja gut! Ja gut! Ja gut! Da unten, ja ey! Der war aber auch echt nicht einzusehen. Ringo! Komm, Tringo! Komm, Tringo! Weiß ich nicht! Weiß ich nicht. Hier ist noch ein Ort alter Magie, den könnten wir auch nochmal machen. Dann mach ich mal hier eine Schnellreise. Dann mach ich mal hier eine Schnellreise. Dann gibt's hier. Schnellreise steuer? Ja gut! Dann acesso? eins. Ringo! Nein! Entsch Oas! 11 Tag! Da unten haben wir jetzt den Wein mulher. Er kochen Sie undjukst! Wir müssen jetzt hiergre rot. es wird ein sumpf kradler während erwartet ein schleich angriff zu nutzen wie ist das denn gemeint ich habe das jetzt irgendwie nicht gepeilt diese duelle aufgabe da wie sollen wir den entwerfen die sind doch schwer ist faktisch die kannst du nicht anheben oder mein mein die mit x ein ort von spüren hier 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 und Entschuldigung! Mucksmäuschen, still hier. Nichts. Stört. Okay. Eine Schande, was du mit hilflosen Tierwesen gemacht hast. Nein. Ach komm schon. Ja. Hier waren wir auch schon mal gewesen. Dann dürfte der Rest wahrscheinlich hier drin sein. Immer noch mal. Wann da nicht hoch? Ja. Und hier geht's nicht weiter, oder was? Ja. Ja. Okay. Ja. 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 Wahrscheinlich. Ja, nice. So, haben wir. Was könnten wir denn jetzt noch so machen? Was haben wir denn für Aufträge? Ein Hauch von Liebe, ja gut. Begib dich zum Kartenzimmer. Wieder auf dem Weg. Ja, vielleicht sollten wir das mal machen. Mal weiter questen. Äh, Hogwarts. Unsere Kartenkammer. Na, ich bin gespannt. Aber warte mal, eigentlich... Ich bin doof. Ich muss erstmal den Scheiß verkaufen gehen. Ich gehe erstmal in den Raum der Wünsche. Einmal kurz zu unseren Tierchen und so weiter. Warte mal. Weil ich... Ich möchte noch die Sachen identifizieren und so. Dann bietet sich das an. Dann verkaufen wir ganz schnell, damit das Inventar nicht so voll ist. Weil sonst müssen wir wieder Sachen liegen lassen. Genau. Ich finde, sie sollten stolz... Der wird nützlicher sein, wenn ich etwas zu identifizieren habe. Okay. Ihr nochmal. Chao. Chao. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020